und gebe mich schon mit einem einzigen Gigabit pro Sekunde zufrieden. So viel erhalte ich nämlich persönlich, hoffentlich prompto, wenn der langerziehende direkte Gasfaseranschluss in mein Haus kommt. Was für ein Sprung gegenüber meinem alttreuen Kupferkabel. Das versorgt mich derzeit mit gemächlichen 16 Megabit pro Sekunde. Licht macht es möglich, auch surfen, fast in Lichtgeschwindigkeit. Ich hoffe es war spannend und vergleiche bis zum nächsten Mal. Eva-Maria, 9, Mike. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder an Radio DART angelangt. Die Sendung der vergangenen war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert Delta Fox Trotz 2 November Uniform. Wir hoffen die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DART setzte seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 100 Kilowatt aus Wien. Wiederholungen erfolgen 17 und 21 Uhr und ebenso auf 6070 Kilohertz mit einer Sendeleistung von 10 Kilowatt aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details, wie der Stellstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie dann an radio.darc.de Nochmal radio.darc.de